So, heute ist Samstag der 16. März 2013 und ich quer jetzt gerade mit dem Markus den Faden weg. So, heute ist es so schön. Wir sehen uns auf der Output. Danach wird es ja reingekommen. Da ist der neue Jährigschlägchen. Das ist auch schon. Vielen Dank. Vielen Dank. Bleib oben. Oben bleiben. 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 Vielen Dank.